Also ich würde sagen, dass wir sehr stark bemüht sind, dass der Auszubildende hier fast alle Abteilungen kennenlernt. Ich glaube, da unterscheiden wir uns sehr stark von anderen Chemieunternehmen. Die Ausbildung geht grundsätzlich dreieinhalb Jahre und je nach Leistung, also während der Ausbildung, kann man auf drei Jahre verkürzen. Also man muss schon auch einiges lernen, das gehört dann auch dazu. Chemie, Physik, Mathe, das ist das, was man also wirklich braucht. Natürlich Fehler passieren in der Ausbildung, aus Fehlern lernt man auch. Ich würde einfach sagen, dass unsere Stärke darin ist, dass wir die jungen Leute mitnehmen. Allein schon ein eigenes Ausbildungscenter zu haben, wo wirklich ein Ausbilder für dich zuständig ist. Wir können ja in der Kantine kostenlos essen, also für Azubis. Jeder hat ein Fahrrad bei uns. Verstehen sich alle sehr gut, auch freizeitlich wird viele unternommen. Da hat Ausbildungstechnik aber viel weniger erwartet. Mir macht es einfach sehr viel Spaß. Sofort Ja-Sache. Hey du, wenn du eine zukunftsorientierte, interessante Ausbildung suchst, dann komm zu uns, zur Miro. Sofort Ja-Sache Vielen Dank.